Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit dem super spannenden Thema Kirchen als Manifestationspunkte, die dann zusätzlich noch auf Laylines gebaut worden sind. Und was das Ganze dann noch mit den bestimmten Fensterformen zu tun hat. Das habe ich gerade beim Baum-Mentor in einem Video gesehen. Also wenn man all diese Sachen zusammennimmt, dann merkt man, also da wurde garantiert, also aus feinstofflicher Sicht, architektonisch nichts dem Zufall überlassen. Und das möchte ich dir in diesem Video mal vorstellen. Und ich bin da natürlich auch wieder sehr gespannt auf alle Kommentare und wohin dieses ganze Thema uns alle dann führen wird. Das erste Mal, als ich da wirklich stutzig geworden bin, war beim Dr. Heinrich Kusch, der ja die unterirdischen Gänge in der Steiermark und auch weltweit erforscht hat. Und er hat immer wieder gesagt, naja, das ist doch interessant, dass auf vielen dieser Zugängen zur Unterwelt, also praktisch die Einstiege in unterirdische Gangsysteme, eigentlich immer eine Kirche, ein Schloss oder halt, also ein bestimmter Sakralbau draufsteht. Und deswegen halt auch manchmal Kirchen fernab der Zivilisation stehen. Also wo er dann halt eben anhand der Karten und auch anhand seines Geobodenradars gemerkt hat, ja, da sind Zugänge nach unten. Ja, das war schon mal interessant, weil das ja bedeutet, hey, da gab es auf jeden Fall ein Interesse, zumindest die Kontrolle über die Zugänge damals zu haben. Und der Dr. Heinrich Kusch redet ja auch darüber, dass auch auf Ansinnen der Kirche die meisten Zugänge zur Unterwelt damals zugeschüttet wurden. Also wirklich meterdick, also auf einer Länge von vielen Metern mit Tonnen von Geröll wurde das da zugeschüttet. Ja, und es ist ja auch bis heute noch so, er legt ja vieles wieder frei, zum Beispiel die Zwölf-Apostel-Zeche, wahrscheinlich sein bekanntestes Projekt, und ja, macht dann dort Messungen und zeigt halt, was er dort alles findet. Und das ist der helle Wahnsinn. Darum soll es in diesem Video nicht gehen, sondern um eine, ja, ganz, ganz interessante Mail, die genau darauf aufbaut, von einem anderen Kai. Also danke Kai an dieser Stelle. Und er schreibt, vor ein paar Jahren haben wir, ich bin nicht alleine, damit beschäftigt, den Verlauf von Energielinien zu berechnen. Ja, das kann man. Um gute Manifestationspunkte zu finden. Man könnte sagen, dass an Kreuzungen dieser Energielinien das Universum besonders dünnwandig ist, sodass dies ein guter Platz ist, um mit dem Universum herumzuspielen. Das war unser Ziel. Also anscheinend bezieht er sich auf die sogenannten Laylines oder auch Laylinien auf Deutsch, die ja die ganze Erde wie ein Energienetz umziehen und mit denen ja auch viele Menschen arbeiten. Und es geht um das ja Manifestieren, wenn er sagt, mit dem Universum herumzuspielen. Auch ein Thema, was mir immer wieder begegnet. Vor allem, ich sage jetzt mal, was dann den modernen Menschen vorenthalten wird, weil sie halt ja letztendlich den Zugang dazu gar nicht mehr haben. Beziehungsweise, dass immer wichtige Informationen fehlen, wie man denn richtig manifestieren kann. Weil das hat halt eben immer mit feinstofflichen Energien zu tun. Und ja, wenn man halt eben das nicht versteht oder wenn diese feinstofflichen Energien gar nicht richtig genutzt werden können, dann ja klappt es halt eben auch nicht richtig mit dem Manifestieren. Und er liefert ja einen sehr interessanten Bezug dazu, da geht es jetzt gleich weiter, dass es halt bestimmte Punkte gibt, wo sich diese Laylinien überschneiden und die halt eben besonders starke Punkte für die Arbeit mit der Manifestation ist. Erstmal weiter mit der Mail. Wir haben das Projekt dann nach relativ kurzer Zeit wieder aufgegeben. Warum? Nicht, weil wir die Energielinien nicht berechnen konnten. Nein, aber wenn wir einen richtig tollen Platz zum Manifestieren gefunden hatten und dort ankamen, hatte da schon jemand seine Kirche hingestellt. Ja, sogar noch besser. Die Manifestationsplätze, in der Regel außerhalb der Kirchen, sind sogar extra markiert. Welch ein Service, oder? Des Weiteren haben wir auch durch unser Projekt und unsere Augen gelernt, dass an den Kirchen sogar die Stärke des Manifestationspunkts angezeigt wird. Man könnte sagen, je verzierter die Fassade, desto stärker der Manifestationspunkt. Insbesondere die kleinen Figürchen, von denen Sie redeten, sind ein starkes Zeichen für einen starken Punkt. Je mehr, desto besser. Also je mehr Verzierungen in einer Kirche waren, desto stärker anscheinend dieser energetische Punkt, desto stärker halt eben auch die Möglichkeit dort mit feinstofflichen Energien, zum Beispiel für die Manifestation zu arbeiten. Und der Baummentor, der geht noch einen Schritt weiter, der hat ja ganz viele Experimente gemacht. Allerdings also nachgewiesen aus Sicht der Geomantie, also mit Pendel und Ruten zum Beispiel. Und der sagt zum Beispiel, dass die zusätzlichen Verzierungen auf den Dächern und auf den ganzen Giebeln der Kirche, also diese Kugeln und Spitzen, einen ebenfalls feinstofflichen Effekt haben. Und er macht dann wirklich Experimente an Pflanzen und zeigt, dass es ja eigentlich in der Regel immer einen Effekt auf Pflanzen hat. Und dass halt das, wenn man das dann halt eben in so einer riesigen Architektur verbaut, der halt also ganz klar eben auch zeigt, dass da kein Zufall gewesen ist von den Erbauern. Erstmal vielleicht zu dem Video, das ist hier die Kirche offen verborgen vor allen Augen, so heißt das Video vom Kanal Baummentor. Und er zeigt darin die Verbindung von Architektur und Feinstofflichkeit. In diesem Video, er hat mehrere Videos gemacht, geht es vor allem um die Form der Fenster, die ja auch in den Kirchen besonders ist. Also, dass sie halt eben nicht wie wir rechteckige Fenster haben, sondern dass sie halt immer in einem spitzen Bogen zu laufen, wo manche natürlich sagen, ja, das war früher halt die Architektur. Und er zeigt in diesem Video, dass halt allein die Form der Fenster schon einen Effekt auf die feinstoffliche Energieausrichtung hat. Also, ob praktisch die Energie eher abbauend ist oder ob sie halt konstruktiv aufbauend ist, allein durch die Form der Fenster und natürlich dann auch durch die Masse der Fenster. Ja, und wie macht man das, damit es nicht nur Rederei ist? Er sagt, naja, da kamen ja viele Menschen, die meinten so, ja, du erzählst viel, aber wie misst du das denn nach? Er baut ein Modell. Und er hat ein Modell gebaut aus einem Rohr, hat ein Fenster reingeschnitten mit diesem Bogen nach oben hin und hat es dann ja einfach in die Natur gestellt und hat das dann getestet. Also mit den Testmitteln der Geomantie, wie ich schon gesagt habe, mit Route und Pendel, wo dann halt auch einige gesagt haben, ja, das ist unwissenschaftlich, wo er dann halt gesagt hat, hey, dann komm her und also ich kann dir zeigen, wie gesagt, anhand der Geomantie und halt auch anhand der Effekte, die Pflanzen, die wachsen dadurch halt einfach besser. Also scheint ja was dran zu sein. Dann stellt er, also wie er sagt, sein Modell auf einen negativen Punkt und dieser Punkt wird dann augenblicklich rechtsdrehend, rechtsdrehend, also aus Sicht einer feinstofflichen Energieform sozusagen. Dieser Effekt ist aus seiner Erfahrung dann auf das Fenster zurückzuführen, denn er hat auch Modelle ohne Fenster einfach mal dorthin gestellt, hat dann ebenfalls getestet und diese Modelle ohne Fenster, die führen zu gar keinem Effekt. Also, ja, schließt er daraus, okay, einerseits ist das Fenster wichtig und wenn man mehrere Fenster verbaut, wird dieser rechtsdrehende Effekt, also dieser energetisch aufbauende Effekt, noch zusätzlich verstärkt. Wichtig, das sagt er auch maßgeblich für diesen Effekt, ist der Bogen oberhalb des Fensters. Also, ja, beim Bau von Kirchen wurde nichts dem Zufall überlassen, da ist wirklich alles Wissen reingeflossen. Also nicht nur für die normale Architektur damals, was es gab, sondern offensichtlich auch Wissen über feinstoffliche Lenkung von Energie und was man dann halt eben mit diesen feinstofflichen Energien dort an diesen starken, konzentrierten Manifestationspunkten auch machen kann. Er hat sogar, ist noch einen Schritt weitergegangen, hat sogar ein Modell genommen, wo er einfach nur ein Fenster aufgemalt und aufgedruckt hat und er meinte, probieren wir das doch auch mal aus, weil es gibt es ja auch an vielen Kirchen, dass Fenster zum Beispiel zugemauert sind oder vielleicht sogar einfach schon immer so waren oder es gibt ja auch jede Menge von diesen Ornamenten, die immer wieder gleich sind und hat dann halt das ausprobiert und, ja, hat halt geschaut, hey, ändert das halt eben die, auch hier wieder feinstoffliche Eigenschaft eines Objektes und er hat halt auch gesehen, selbst mit einem Aufdruck, mit nur einem Aufdruck oder halt eben ja nur diesen Ornamenten, ändert sich die feinstoffliche Energiequalität. Und dann meinte er, naja, also wenn das mit aufgedruckten Fenstern geht, probieren wir doch mal Symbole aus. Hat das dann mit der Blume des Lebens gemacht und auch mit anderen Symbolen und hat also aus seiner Erfahrung festgestellt, die Blume des Lebens, die macht diesen Punkt auch sofort rechtsdrehend, ist also eine aufbauende Energie, ist ein Schutzzeichen und meinte aber andere Symbole, also er hat zum Beispiel jetzt mal einen Stern genommen, wie er immer zu Weihnachten überall hängt, der ist ein neutrales Symbol. Das heißt, ein Stern, der macht gar nichts auf diesem Punkt und also ist dann im besten Fall neutral, aber er sagt halt, also gerade wenn wir hier in unserer, ich sag jetzt mal, westlichen Kultur so vielen schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind und vielleicht noch nicht mal immer merken, wo wir überall schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind, dann macht es natürlich einen Effekt, ob ich mich jetzt mit 100 Schutzzeichen umgebe, die einen aufbauenden, schützenden Effekt haben oder halt eben 100 Zeichen, die einfach nur neutral sind. Und er meinte halt schon, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ja, es ist halt eben auch interessant, wenn man jetzt mal wieder zurückgeht zu seinem Modell mit den Fenstern, wie halt genau dieses Wissen beziehungsweise diese feinstoffliche Energiequalität komplett aus unserem Leben verschwunden ist. Also er hat dann ein Experiment gemacht mit rechteckigen Fenstern, wie sie ja heute überall verbaut werden und hat halt rausgefunden, die verhalten sich am Modell neutral ändern, also nichts und hat dann nochmal probiert, auf dieses rechteckige Fenster, es gibt ja diese Fenster mit so einem dreieckigen Stuckaufbau oder mit so einem Stuckbogen, das dann zu machen und die waren dann wieder rechtsdrehend und aus seiner Sicht, das ist so ein schöner Satz, sind Kirchen feinstoffliche Kompositionen gewesen. Ja und also allein, wenn man jetzt diese beiden Sachen zusammenbringt, dieses ganze, also Erfahrungswissen über feinstoffliche Energien plus zusätzlich, du machst das dann noch auf starke Energiekreuzungspunkte, auf diese Leylines, ja was meinst du, was wird wohl passieren? Und also ich habe das selbst schon auch miterleben dürfen, ein Bekannter von mir, der Ingo, der den Kanal Naturkraftkunde oder eher den Blog naturkraftkunde.de betreibt, schreibt da auch über seine Erfahrungen, mit dem war ich ja auch unterwegs und da war es halt eben so, dass immer auf diesen starken Energielinien Kirchen stehen und er meinte auch schon, naja, das ist halt eben kein Zufall. Ganz, ganz, ganz interessant. Vielleicht noch einen wirklich interessanten Aspekt, auch vom Baummentor, er sagt, es kommt auf die Ausrichtung an. Also er zeigt hier, wenn die Dachausrichtung Süd-Nord oder Ost-West ist und dann halt eben die Fensterform neutral, wie wir es haben, dann kann es halt eine bestimmte feinstoffliche Energiequalität begünstigen. Und da ist mir was eingefallen, also es gibt eine Studienarbeit, die nennt sich Ad Orientem, die Ausrichtung der gotischen Kathedralen in Frankreich. Das ist eine Studienarbeit, die zeigt, dass in Frankreich nahezu alle Sakralbauten Richtung Osten ausgerichtet sind. Also natürlich mit so ganz kleinen Winkelabweichungen, aber fast alle Bauten in Frankreich sind nach Osten ausgerichtet, was natürlich bemerkenswert ist. Und auf Stolen History gibt es da auch eine ganz spannende Diskussion drüber, wo jemand schreibt, also es ist doch interessant zu sehen, wie viele Kathedralen Richtung Osten ausgerichtet sind. Also was bedeutet, dass praktisch diese großen Rosettenfenster Richtung Westen zeigen? Also genau das Gegenteil. Und er fragt halt eben auch schon, naja, könnte es sein, dass dort halt eben mit einer gewissen Art von Energie gearbeitet wird? Und dann, und wie gesagt, die Kirchen haben ja immer diese Kreuzausrichtung, sagt der Baummentor auch, wenn du also das schon so stark machst sozusagen, also mit diesen Energien arbeitest, und dann halt aber also die Fenster wieder und auch alle anderen Dinge so einbaust, dass sie halt eben rechtsdrehend sind, dass sie halt diese feinstoffliche Energie, die da also massiv ohnehin schon vorhanden ist, dass die dann halt eben noch in eine gewisse Richtung gedreht wird, ja, dann hast du halt was, mit dem du, ja, auf ganz, ganz spannende Art und Weisen arbeiten kannst. Wie gesagt, ich bin ganz, ganz gespannt auf deine Kommentare, auf deine Erfahrungen, auf dein weitergehendes Wissen. Poste das gern unten in die Videokommentare rein, lese ich mir sehr, sehr gerne durch. Ja, und ansonsten mir immer an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielen, vielen Dank auch an alle, die hier mich und meine Arbeit so fleißig unterstützen und ja, wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner. Ciao, dein Kai Brenner.